Israel ist ja immer das Paradebeispiel auch gewesen für unseren Bundeskanzler. Nur das, was dort gegenwärtig stattfindet, das ist die empirische Widerlegung der österreichischen Regierungspropaganda. Mehr als die Hälfte der Infizierten sind solche, die vollständig geimpft sind. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Der Großteil derer, die sich im Krankenhaus befinden, das sind Leute, die geimpft sind. Und auch bei den Schwererkrankten haben wir einen sehr, sehr großen Anteil von denjenigen, die geimpft sind. Ich habe extra nachgesehen in der israelischen Presse Jerusalem Post vor einigen Tagen, da war von 250 schweren Covid-Fällen die Rede. Von diesen 250 schweren Covid-Fällen in Israel sind 210 über 60 Jahre alt. Also das ist das, was man gemeinhin als Risikogruppe definiert. Und von diesen 210 schwer Erkrankten über 60 sind 153 vollständig geimpft und sieben sozusagen im Prozess der Immunisierung, wenn auch noch nicht vollständig immunisiert, wie das paradoxerweise heißt. Paradox deswegen, weil sie offenbar eh nicht wirkt. Das heißt, der überwiegende Teil derer, die schwere Krankheitsverläufe haben, sind Leute, die vollständig geimpft sind. Das nächste Beispiel Island. Deutschland, wiederum ein Land mit einer hohen Durchimpfungsrate und die sind auch sehr, sehr gut durch die ganze Pandemie gekommen, sind in einer glücklichen Situation, dass im Verlauf der letzten eineinhalb Jahre nur 30 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben sind. Aber es gibt dort interessante Entwicklungen in den letzten Wochen. Es ist im Frühsommer so gewesen, dass die Inzidenz wochenlang bei Null gelegen ist. Und jetzt plötzlich, binnen zwei Wochen, von Mitte Juli bis Anfang August, haben wir eine Inzidenz von 238. Das ist also dann, es haben sich in kürzester Zeit die Zahlen fast verzwanzigfacht. Und wir haben jetzt eine Situation, wo fünf Tage auch in Folge mehr als 100 Neuinfektionen pro Tag aufgetreten sind. Und da braucht man sich noch nicht wundern, wann der dortige Epidemiologe, Chef-Epidemiologe, also das Gegenstück zu seinem schwedischen Kollegen, klipp und klar sagt, dass die letzten Wochen gezeigt haben, dass geimpfte Personen das Virus leicht bekommen und leicht weitergeben können. Also eine glatte empirische Widerlegung alles dessen, was uns im Zusammenhang mit der Impfung als Game Changer versprochen worden ist. Und da darf man sich dann auch nicht wundern, dass in Island, auch in Island, die Hälfte derer, die als Corona-Patienten im Spital liegen, geimpfte sind. Und da reden wir nicht von leichten Verläufen, weil jemand mit einem leichten Verlauf, der geht nicht ins Spital. Und da geht hinten aus, dass sie nicht so schön ist. Untertitelung des ZDF, 2020